Warum ich mich für Zeltwanger entschieden habe, ist der Grund, dass Zeltwanger mir relativ viele Möglichkeiten bietet. Zum einen haben wir hier verschiedene Standorte und viele verschiedene Abteilungen, die ich durchlaufen kann. Ich heiße Tirza und mache bei der Firma Zeltwanger eine Ausbildung zur Industriekaufbau. Ich bin jetzt im zweiten Lehrjahr bei Zeltwanger und durfte in meiner Abteilung relativ viele verschiedene Abteilungen durchlaufen. Zum einen war ich im Wareneingang, wo ich auch selber mit anpacken durfte, im Einkauf oder jetzt bin ich zum Beispiel im Personal. Für meinen Beruf muss man mitbringen, einen guten Realschulabschluss oder halt das Abitur. Man sollte kaufmännisch interessiert sein und am besten vielleicht schon wirtschaftliche Vorkenntnisse haben von der Schule her. Die Firma Zeltwanger bietet mir viele verschiedene Möglichkeiten. Zum einen kann ich mich durch ein duales Studium hier weiterbilden oder ich kann mich für einen Standort hier entscheiden, ob es jetzt die Automation oder der Maschinenbau ist oder ich habe auch die Möglichkeit nach meiner Ausbildung für eine gewisse Zeit nach Amerika zu gehen. Persönlich weitergebracht hat mich Zeltwanger zum einen, dass ich viele neue Leute kennengelernt habe, mit denen ich mich auch echt super verstehe und zum anderen auch persönlich, dass man immer am Ball bleibt und dass man auch mal durchweist, wenn man merkt, dass einem vielleicht mal was nicht so Spaß macht, aber dann auch wieder die Zeiten, die umso schöner sind, mehr genießen kann. W합니다. Bis zum nächsten Mal.